Hallo, mein Name ist Katja Klebig und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und ich bin Fördermitglied im Ostpassage-Theater, weil ich finde, dass das ein total super und liebevoll gestalteter Ort ist, an dem man Theater genießen kann, aber auch mal ordentlich feiern gehen kann oder sich selbst einbringen kann hinter der Bar, im Garten oder was einem sonst noch so einfällt. Ja, und gerade in Zeiten von Corona ist es besonders wichtig, dass wir die Orte, die wir toll finden, erhalten. Also vielleicht ist es jetzt auch mal an der Zeit für dich, Fördermitglied im OPT zu werden. Denk drüber nach! Vielen Dank!